Liebes Tagebuch, irgendwie ist heute nicht mein Tag. Die Mannschaft fehlt mir und ich will endlich wieder Handball spielen. Ich glaube, ich bleibe heute den ganzen Tag im Bett. Maxi? Ein floschiger Freund, wo bist du? Maxi? Ah, hier bist du ja, Maxi. Komm, ich habe einen Linienparcours gebaut. Ein Linienparcours? Das klingt ja verdammt cool. Na klar komme ich mit. Oh je, oh je, oh je. Worauf habe ich mich da nur wieder eingelassen? Flo? Wo bist du denn? Ich glaube nicht, dass ich noch mitspielen möchte. Na gut, wenn er das schafft, schaffe ich das schon lange. Aua, ah, ich klebe. Hilfe. Hilfe. Flo? Flo, jetzt hilf mir hier raus. Mist. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. Man, 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 man. Die haben doch alle einen Knall hier. Naja, hoffentlich gibt es gleich wenigstens wieder leckeren Kuchen. Dann geht's mal. Bis zum nächsten Mal.